Hallo meine Freunde, Patrik ADX Gaming hier und herzlich willkommen zu meiner nächsten Folge aus meinem Skillhandbuch. Heute zeige ich euch, wie man den Scoop Turn in FIFA 13 macht. In der Videobeschreibung findet ihr außerdem weitere Tutorials, die euch eventuell auch interessieren könnten. Der Scoop Turn ist eine 4-Sterne-Spezialbewegung und kann nur während des Stehens ausgeführt werden, normalerweise. Es gibt zwei verschiedene Arten, einmal den 90-Grad-Scoop Turn und einmal einen mit 180 Grad. 5-Sterne-Spieler können diesen Trick flüssiger durchführen und sie sind in der Lage, den 90-Grad-Scoop Turn auch beim Joggen auszuführen. Das meinte ich vorhin mit normalerweise. Zusammengefasst heißt das nichts anderes als, der 180-Grad-Scoop Turn kann nur während des Stehens ausgeführt werden und der 90-Grad-Scoop Turn kann von 5-Sterne-Spielern beim Joggen und Stehen gemacht werden und von 4-Sterne-Spielern nur im Stehen. Ich zeige euch nun, wie es funktioniert. Es gibt zwei verschiedene Arten, den Scoop Turn zu machen. Ich zeige euch hier nur die einfache Methode. Der Scoop Turn ist einer der wenigen Tricks, die ohne das Halten von L2 durchgeführt werden können bzw. so gemacht werden. Zuerst der 90-Grad-Turn. Drückt die Viereck- und X-Taste fast im selben Moment. Ein ganz bisschen früher müsst ihr aber die Viereck-Taste drücken, als wenn ihr einen Schuss antäuscht. Und währenddessen bewegt ihr den linken Stick nach links oder rechts, je nachdem in welche Richtung ihr aussteigen wollt. Ganz einfach. Falls ihr den 180-Grad-Scoop Turn machen wollt, müsst ihr wieder Viereck und X ganz schnell hintereinander drücken und währenddessen den linken Stick in die entgegengesetzte Richtung halten, wo euer Spieler gerade hinguckt. Jetzt noch ein paar Spielszenen vom Scoop Turn. Der 90-Grad-Turn ist ein perfekter Trick, um die Laufrichtung zu ändern und währenddessen volle Kontrolle über den Ball zu haben, weil er so gut wie am Fuß kleben bleibt. So sind schnelle Richtungswechsel möglich, ohne dass der Ball verspringt, wie man hier sieht. Wenn euer Spieler steht, ist es möglich, nach dem Scoop Turn einen Sprint zu starten, um am Gegner vorbeizukommen, weil ihr dann den Überraschungsmoment nutzt. Der 180-Grad-Scoop Turn hat denselben Effekt. Hier sind schnelle Drehungen möglich und es sieht einfach hammermäßig aus. Okay, das war's soweit zum Scoop Turn Tutorial. Wie immer würde ich mich über jeden Daumen hoch und jeden neu gewonnenen Abonnenten freuen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Schaut mal bei meiner Twitter- und Facebook-Seite in der Videobeschreibung vorbei und ansonsten noch viel Spaß mit FIFA 13. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!